Moin von der Brutico! Schön, dass ihr wieder mit an Bord seid. Wir wünschen euch viel Spaß bei unserem neuen Video. Hier ist eine ganz schöne Strudel an der Einfahrt. Siehst du das? Merkst du das auch? Ja liebe Gitti, ich sehe, merke und fühle es. Na, hier möchte man noch nicht zu dicht dran reisen. Da haben wir weiter. Gleich haben wir es geschafft und der muss sich sowieso aufhören zu filmen, weil der schaukelt so sehr, das macht keinen Sinn. Ach doch, der fährt auch da lang. Das ist ja gut, dann können wir dem hinterherfahren. Dann schauen wir einmal, wie es mit dem schaukligen Wetter so weitergeht. Der Wind zumindest war schon einmal ordentlich. Es ist ganz schön schaukelig. Es geht wieder los. Ja. 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 In unserer heutigen Tour starten wir von Den Haag und es geht weiter über Rotterdam. Wir verlassen in dieser Tour die Niederlande und fahren weiter nach Belgien. Nach 64 Seemeilen und gut 12 Stunden laufen wir in den Hafen von Seebrücke ein. Boah, lustig. Die ganze Fahrt über hatten wir mit starkem Wind zu kämpfen. Und dazu, wie sollte es auch anders sein, war unser Kurs hart am Wind. Der Kelnen in Achterlieg an der Fock bereitete Gitti schnell ein Ende. Sehr schön. Anschließend veränderten wir noch den Hohlepunkt und dann war die Fock wieder voll da. Ja, wie ist es? Ein bisschen hart am Wind, aber was sollen wir machen? Ja. Wir laufen jetzt nur 30 Grad am Wind. Ui, echt? Ja, wäre es nicht drin. Aber immerhin. Jedenfalls nicht, wenn Bällen sind und laufen bei zweieinhalb, knapp drei Knoten Strömung gegen also es ist wirklich... 4,3 Knoten. Es ist doch schräg, oder? Das ist anders. Kann es nur durch den Wind sein, dass das so dagegen kommt? Weil die anderen sind ja auch alle so losgefahren. Das hat ja einen Grund gehabt. Also das verstehe ich nicht. Sie sind in eine Richtung gefahren? Ne, die sind alle in die Richtung. Ich sehe es ja auf dem AIS. Ich verstehe es nicht. Also so falsch können doch nicht alle rechnen. Aber offensichtlich schon. Guck mal, hinter uns kommen die nächsten. Also das ist schon schräg. Also das ist so viel Strömung, das ist halt nicht angesagt. Aber nun kann es durch den Wind sein. Wie viel Wind haben wir jetzt? Ich sage mal 9 bis 10 Knoten. 9 bis 10 Knoten. Okay. Ist ja nicht mal besonders viel. Angesagt haben sie. Na ja, der wird stärker im Laufe des Tages. Ich glaube der wird schwächer auch, als ich da jetzt arbeite. Nee, eigentlich wird er mittags noch mal stärker. Da hast du bis jetzt einen Knoten. Was ja gut wäre dann wiederum. Also in Holland gibt es auch echt tolle Sandstrände hier. Das ist wirklich ewig lang hier. Da hinten sind Kitesurfer, meine Fresse. Die sind aber weit draußen. Wir sind jetzt hier vor Rotterdam. Noch segeln wir. Also wir segeln sowieso. Aber wir werden gleich den Motor mit anmachen. Und dann noch Motoren. Wir werden auf die Fock reinnehmen. Weil wir haben hier hart am Wind. Wir müssen aber in so einer Rinne bleiben. Wir sind jetzt kurz vor Rotterdam. So, hier sieht man die Rinne da, wo es auch durchgeht. Wie gesagt, wir haben hier extrem hart am Wind. Aber wir müssen halt da drin bleiben. Das ist die, naja, Vorschrift. Und wir erwarten halt, dass Schwortschifffahrt da durchgekehrt. Und jetzt sieht man auch warum. Weil hier ist Rotterdam. Die Zufahrt ist Rotterdam. Und da ist natürlich eine ganze Menge los. Wobei so viel Kote sind da jetzt gar nicht. Aber wir machen uns jetzt gleich mal bereit. Zehn Minuten sind wir da. Wow, haben die eine Geschwindigkeit. Hier sieht man schon Rotterdams Hafen. Vielleicht sind wir an der Rinne. Vorschriftsmäßig, wie gesagt, den Kegel gesetzt. So, hier ist die Anfahrt. Man sieht schon ein paar Pötte, ein paar Großen. Der segelt noch ein bisschen hier. Der vor uns hat auch schon seine Kopf reingeholt. Hat seinen Kegel auch gesetzt. Also das machen die hier schon. Die achten da schon drauf. Also hier so vor Rotterdam hast du wieder ganz schöne Welle. Vorhin war so eigentlich ganz moderat. Aber hier baut sich das wieder auf. Wir sind auf der Kanal 3. Vielen Dank. Braver Junge. Also bei der Boje hier, der grünen MN1, wenn man da angekommen ist. Eigentlich eine Seemeile früher sogar. Soll man sich bei Unterkanal 3, haben wir jetzt ja doch gemacht, anmelden, welchen Kurs man fährt und wie schnell. Und dann fragen, ob man durch kann. Und der hat uns gleich durchgelassen. Wir haben es ja auch gesehen. Da kommt nichts. Aber mein Gott, ist halt sicherer. Und ich meine, so steht es auch im Reeds. Eine andere Auflösung, also da, wo wir jetzt gerade sind, ist diese Boje. Und hier ist diese Einfahrt. Wenn man dies geschafft hat, also diese hier vor allem, dann ist eigentlich auch schon alles okay. Das ist wirklich nur diese Einfahrt, wo doch ganz schön was los ist. Wie gesagt, heute nicht. Also auf der Ostsee in einem Verkehrstrandungsgebiet ist deutlich mehr los. Eine grüne Tonne live. Und dann, damit muss man in diesem auch Gebiet, in dem man halt so fahren soll. Also man muss sowieso, es ist Pflicht, so steht es im Reeds auch, man muss den Motor mitlaufen lassen und diesen Tegel setzen auf. Schreiben die sogar. Und da wir eh am Wind haben, also wir haben sowieso Gegenwind, naja, da können wir auch die Segel reinholen. Da müssen wir uns jetzt hier nicht abkrebeln. So Rotterdam, jetzt noch mal ein bisschen dichter dran. Wir sind aber immer noch nicht in der Einfahrt, muss man dazu sagen. Wir sind immer noch davor. So, der geneigte Zuschauer wundert sich bestimmt, dass man hier auf einmal wieder was sieht. Wir hatten ja vorher immer unseren Klops da vorne, hier in Mexien. Aber den haben wir jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne verbannt. Ich bin so klein, ich sehe da nichts, als ich da fahre. Ich muss immer auf Zehenspitzen, das ist mir zu doof. Und hier, jetzt ist schön, jetzt sehe ich wieder alles. Und vorne ist der auch gut. Ist auch für die Gewichtsverteidung, glaube ich, nicht schlecht. Einfahrt, jetzt hätte ich fast verpasst, die ist so riesig. Da kommt jetzt gerade ein Boot auf uns zu, aber ich meine, wir haben nichts anderes gehört. Wir fahren einfach mal strikt weiter. Der würde hinter uns dann durchgehen. Boah, die ist ja riesig, wirklich. Und dann geht die hier. Der ist schon durch hier mit der Segler. Der ist schon durch die Einfahrt. Da hinten, der würde sicherlich hinter uns durchgehen, eine halbe Meile. Also hoffen wir mal. Man sieht das immer nicht, wie hoch die Wellen hier sind. Also es ist schon ein Meter. Guter Meter ist das schon, ne? Ja. Zwischendurch hast du hier schon recht hohe Wellen. Ja, ne? Naja, das ist, das Film ist immer, da sieht man sowas nicht. Das ist schon ein ganz schönes Geschaukel. Also hier macht ja das Intro echt mal Sinn. So eine Wellen hier, Wahnsinn. Jörg sieht man nicht, ich sehe nur ihn flottern. Ohlala. 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 So, der geht hinter uns durch, wie man sieht. Weit hinter uns, ja. Weiit hinter uns. Eine halbe Seemeile. Ohlala. Ohlala. So, jetzt sieht man, sind wir schon mit der Ausfahrt. Oh, die Wellen sind ja hier, ich sag mal. Ups, du bist ja so schief. Wir segeln jetzt wieder. Also wir segeln jetzt Riff 2, in beiden Segeln. Man muss sich schon ordentlich festhalten. Aber macht schon irgendwie Laune. Hier sind die Wellen auch deutlich angenehmer, also nicht mehr ganz so hoch. Durch die Wellen müssen wir hier auch von Hand steuern. Das ist echt führig für den Autopiloten. Jedenfalls für unseren. Kein Mutti segeln, aber trotzdem schön. Das Wetter ist aber auch schöner, macht es Spaß. Wir sind ehrlich. So hart am Wind macht keinen Spaß. Das kann der Autopilot nicht über Stunden selber steuern, das ist dann halt anstrengend. Ja, das ist auch so vielselig, weil die Tat am Wind ist dafür nicht konzipiert. Wegen Land können wir nicht einen anderen Burs nehmen. Wir haben auch Legawall, also auslandigen Wind. Das heißt Wind, der uns auf Land schieben würde, wenn wir nicht dagegenhalten würden. Dadurch haben wir natürlich einen Versatz. Naja. Ist ein blöder Kurs, muss man wirklich sagen. Sobald man nicht aufpasst, der rutscht, gleich die Segel killt, meine Herren. Ist wirklich schwer. Durch die Wellen kommt man doch immer gleich wieder so hoch. Wir haben hier bestimmt eine anderthalb Meter Welle. Das ist schon nicht so einfach. Aber gut, gefällt es ja mal ausprobiert. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn wir nochmal so einen Kurs haben, ist mir scheißegal, wenn ich da drei Wochen im Hafen bin. Ich habe gar keinen Bock drauf. Also hackig ist das gar nicht. Die Welle ist sogar relativ in dem. Also die ist nicht so... Nicht wie in der Ostsee würde. Wann, wann. Ist auch wirklich relativ weich. Aber wir haben auch bis 20 Knoten Wind. Wahrscheinlich jetzt noch Strömung gegen an, weil irgendwann hast du die Strömung. Wenn du eine lange Strecke hast gegen an, das kannst du ja nicht verhindern. Aber wir hatten Strömung mit, als wir vor dem Rotterdam-Kanalbahn. Und das war wichtig. Na ja, schauen wir mal. Mitgehangen, mitgefangen, ja. Nee, da muss man ins Steuer. Da hinten kann man erahnen, da hinten ist Seeboote. Es ist jetzt 21 Uhr. Ja, irgendwie haben wir ständig Strömung gegen an. Ist unglaublich. Aber jetzt fahren wir endlich mal 6, 7 Knoten. Jetzt macht das Segeln auch Spaß. Also vorhin war es echt... Naja. Ist mal abgewöhnen. Aber jetzt ist es schön. Also kaum Welle. Und der Kurs ist gut. Also die Welle war ja nicht die schlimme, sondern einfach dieser blöde Kurs. Also 30 Grad sind für uns echt funktbar. Insofern jetzt ist es wirklich schön. Jetzt fahren wir 60 Grad am Wind. Oh, das ist gemütlich. Oh, das ist gemütlich. Ja, hier sieht man schon eine ganze Menge Frachter auch in Seedurge. Hier gibt es einen großen Erdgas-Terminal, LNG. Da muss man vorher auch angucken, ob man dann in den Hafen darf. Ich hoffe mal nicht, dass die jetzt sagen, nö, wartet man noch eine Stunde. Aber manchmal wird der gesperrt, wenn gerade große Schiffe irgendwie da manövrieren. Verfolgt uns hier der Fischer. Wahrscheinlich sind wir in seinem Fanggebiet. Wie? Der hat auch ganz schön Speed drauf. Warte? Ganz schön Speed. Das wäre ein lustiger Aufnahmeschnuppel. Immer so ging, hoch, hoch, runter. Das ist Selenjahr Prüten. Guten Abend. Wir sind drei Kilometer auf dem Harbour. Und wir wollen den Ligen zurückkommen. Wir wollen den Austauschen zu ham gehen. Drei Malgtu, juli Bargustal. Der hat auch runter. Andersdorf. Was hat er gesagt? Was hat... Frachter an meiner Steuerbootseite habe. Aber wir dürfen rein. Was? Wir dürfen rein, ja. Auf jeden Fall dürfen wir rein. Das ist doch schon mal was. Da, wo jetzt dieser schwarze Punkt ist, da ist die Grenze. Also da ist auch so ein Marker. Da ist eine Grenze. Und da muss man dann die 71 Port Control anpunkten. Das steht hier auch. Und fragen, ob man den Hafen rein kann. Weil die den manchmal sperren, wenn irgendwelche LNG-Frachter da rauskommen. Oder wie auch immer. Er hat uns jetzt nur gesagt, wir müssen aufpassen, wir können rein. Wir müssen nur aufpassen. An unserer Steuerbordseite ist ein großer Frachter. Den haben wir aber auch gesehen. Jetzt wird es wieder amtlich. Gitti holt die niederländische Flagge ein und setzt dafür die belgische. Nicht die Einzelnen, die noch auf dem Besser sind und die wahrscheinlich in den Hafen wollen. Also so dicht wie er da jetzt ranfährt, schätze ich mal, dass der auch in den Hafen möchte. Anfahrt Blankenberge, äh, Seebrücke. Ich hab gerade gesagt, der andere Segler ist wahrscheinlich auf dem Weg nach Blankenberge, weil der weiterfährt. Hier hat man schon die Ampeln. Sieht man offensichtlich, dass man reinfahren darf. Und das ist eine tolle Strömung. Ja, ne? So reinkloten. Ein Segler, der segelt weiter. Ein Stückchen weiter, es ist nicht so weit, es ist Blankenberge. Ich glaube da hinten. Wartest du auch schon? Wie gehört haben wir die belgische Fahne in Aufarbietung unserer ganzen Kräfte gehisst. Hier sieht man jetzt schon Lichter. In dem Fall grüne Lichter, was wohl heißt, dass man in den Hafen reinfangen kann. Also interpretieren wir jetzt einfach mal so. Wir haben ja eh das okay bekommen. Hier für ganz Blinde, haben sie es wirklich gut gemacht, ne? Mit LED, also ganz modern. Hier die rote Tonne für die Einfahrt. Und ein bisschen weiter drüben, also ein bisschen weiter drüben ist gut. Irgendliches Stück weiter drüben ist dann die grüne. Auch in LED. Wow. Seebrücke. Bei Nacht eigentlich. Wir haben 22 Jungen zwischen. 21,45. Da haben wir auch die Segel eingeholt mehr oder weniger. Das können wir auch merken. Und wir lassen auch 71 als Funk an. Ja. Ja. Falls wir nochmal irgendwie angesprochen werden. Das rote sieht vielleicht voll aus. Richtig schön fignant. Man hätte jetzt auch nach Blankenberg fahren können. nur da ist es so, dass die Zufahrt oft, also da sollte man nicht bei Niedrigwasser hin, weil die Zufahrt wohl oft versandet und wir hätten jetzt Niedrigwasser. Also hat sich die Sache, hätte sich die Frage für uns im Grunde gestellt. Mit unseren zwei Metern Tiefgang. Oh, jetzt kommen noch welche raus hier. Aber wir sind ja schon eine Einfahrt und ganz rechts. Das schaukelt hier auch noch ganz schön vor da einfach. Das muss man mal so sagen. Was man hier jetzt gut sieht, dass Jörg gerade den Kurs endet, was auch gut ist. Sonst wollen wir nicht gegen die Wand fahren. Mit der Ampel, ne. Zwei grüne und ein gelbes. Also man kann reinfahren. Vorhin war unten sogar noch rot. Also hab ich von ganz weit weg gesehen. So, jetzt kommen hier noch welche raus. Ganz schön laut. Hier sieht man die Hafenanlage. Es ist wirklich enorm groß hier. Und man braucht wohl von da bis zum Hafen tatsächlich auch noch eine halbe Stunde. Nicht zu übersehen. Übereisene Einfahrten für die Schiffe muss man gut aufpassen, bis da keiner rauskommt. Würde ich nicht sagen. Aber sie sieht von vorne irgendwie sympathisch aus, weil die so ein rundes Maul hat. Süß. Sie heißt Pauline. Pauline, ach sehr süß. Hallo Pauline. Die ganzen Kräne. Kannst du schon gerade zu sagen? Ja. Sehr gut beleuchtet. Das ist dann die Tonne. Die ist aber gut beleuchtet. Und hier muss man aufpassen, nicht zu dicht ran. Da ist es nämlich recht flach. Sollte man wissen. Oder halt die Karten gut lesen. Das ist sehr großzügig hier. Also hier kannst du tatsächlich eigentlich reinsegeln. Hier könntest du sogar reinsegeln. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. Könnte ich mir vorstellen. Eher nicht. Weil du kannst ja hier anfangen, deine Segel einzuholen, wenn da so ein riesen Frachter kommt. Dann scheint da hinten irgendwo Salaf. Noch mal um die Ecke. Aber das war hier, wo ich meinte mit dem Flach. Und jetzt fahren wir hier so rein. Und hier hinten ist der Hafen. Ganz schön verwirrend. Hier sind so viele Eingänge. Aber wir müssen da lang. In die Richtung. Richtig in Richtung Container. Ich habe gerade einen Lob bekommen. Jetzt sind wir schon fast im Endanflug. Jetzt muss man noch mal aufpassen. Weil hier ist noch mal vorher so eine kleine Einwuchtung. Und dann eigentlich bis zum Schluss, wo es nicht mehr weiter geht. Und dann links rein. Da ist aber schmal. Hier hat man jetzt die Auswahl von drei Marinas, wenn du willst. Diese, diese oder da hinten die Ecke. Also wir haben uns jetzt für die entschieden. Mag sein, dass die vielleicht ein bisschen lauter ist. Aber die ist dichter am Einkaufen. Und dichter am Bahnhof. Die ist wiederum dichter am Strand. Muss man sehen, was man gerne mag. Von Preis her sollen die wohl alle gleich sein. Sind, soweit ich weiß, auch alles Vereine. Wie gesagt, den hatte ich schon angerufen. Er hat uns gesagt, Platz D12 können wir nehmen. Oder am Ponton C können wir nehmen, was Freies. Das ist dann egal. Schauen wir mal. Wir gucken uns mal D12 an. Und dann sagt er noch, wir dürfen ihn vielleicht anrufen. Bitten in der Nacht noch. Voll süß. Wenn wir Hilfe brauchen. Sehr nett. Der spricht übrigens auch Deutsch. Wir haben mit Englisch angefangen, mit Französisch weitergemacht. Und dann irgendwie auf Deutsch. Das war lustig. Zu den beiden roten Dichterlein. Das letzte Becken, was wir nicht nehmen dürfen. Auf der linken Seite. Und das scheint die Marine zu sein. Für Militärer. Ja. Das heißt, auch hier kannst du vergessen, deine Drohne fliegen zu lassen. Militärer Base nicht eintreten. Aber UKW-Kanal 73, wenn man Fragen hat. Ein Kreuz. Ein Kreuz. Ach so, weißt du was das Interessante ist? Geradezu, das ist eine Schleuse. Genau. Geradezu ist es eine Schleuse. Aber wir werden jetzt hier, wo schon die Schiffe oben, gute Anhaltspunkte oben, Schiffe auf dem Land, da fahren wir jetzt links rein. Ich hoffe, man kann es hier einigermaßen erkennen. Strömung ist stark oder gar nicht? Wenig. Wenig. Na ja, kann sein, ist ja jetzt auch kurz nach Niedrigwasser oder bei Niedrigwasser. Wie tief ist es hier? Sieben Meter. So, man darf drei Knoten fahren. Kannst mal sehen, ne? Also Wellenschlacht vermeiden und nur drei Knoten. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, wo hier Ponton D ist. Aber es ist wirklich sehr großzügig hier, muss man tatsächlich sagen. Jetzt fährt Jörg extra langsam. Fährst du drei Knoten? Drei Knoten. Extra. Extra langsam ist gut. Was? Ne, ich sag gerade, du fährst extra langsam. Ne, das sind tatsächlich drei Knoten. Na ja, dadurch, dass wir so zum Teil relativ zügig unterwegs waren, hat man das Gefühl, man steht. Das ist wie auf der Autobahn. Wenn du von der Autobahn kommst mit dem Auto und dann 50 fährst, dann denkst du auch, du stehst. Ich würde hier mit der Organe über 50 fahren. Nach 64 Seemeilen und gut zwölf Stunden machen wir in dem Hafen von Seebrücke fest. Jetzt. Ein Sturm hier im Hafen. Wir haben über 30, 33 Knoten. Jetzt hatten wir aber nicht so 30 Knoten. Und dann sieht es ja nicht viel besser aus. Wow. Wir scheppern aber ordentlich. Gut, dass wir im Hafen sind, ich will wirklich sagen. Sollte mich freuen, es fängt gleich an zu regnen wieder. Aber die Stege sind ja hier echt eine Wucht, ja. Wow. Supergut. Große Klampen, superhoch, ja. Sowas von bequem. Also es ist hier ganz schön windig im Hafen, muss man sagen. Deswegen ist heute Arbeitstag angesagt. Ich bin fleißig. Und Jörg ist fleißig. Genau, wir hatten eben über 33 Knoten. Aber wenn es soweit ist, für uns es aufnehmen will, ist es natürlich schon zu spät. So, das ist der Hafen hier in Seebrücke. Der belgische Yacht Club. Also wir sind im belgischen Yacht Club, weil der wohl dichter an der Stadt bzw. an dem Bahnhof ist. Schauen wir mal. Wir sind bei ihm einkaufen. Der Hafen da hinten, auf der anderen Seite, der ist halt dichter am Strand. So, hier ist der Hafenmeister. Eigentlich, also der ist immer, also man kann ihn jederzeit anrufen. Der ist auch sehr nett. Der spricht Deutsch, Französisch, Englisch. Sehr nett. Und hier ist auch seine Telefonnummer. Die hätten wir selbst nachts nur anrufen können, hat er gesagt. Wenn wir Probleme haben, sollen wir ihn anrufen. Für ganz Blinde, ne? Links das kleine graue Kästchen. Da gibt man den Gurt ein und dann ist man bei den sanitären Anlagen. Die Toiletten sind letzten Endes hier in diese Glastür rein. Da ist auch ein Panel mit der Zahl. Hier ist dann der Hafenmeister, wenn er dann da ist. Und hier geht's dann Waschmaschen. Und links sind für alle. Duschen für Männer, Frauen und so weiter. Alles zusammen. Sieht aber ganz ordentlich aus. Mal gucken, ob man hier gratis duschen kann. Also. Oh ja. Oh, das ist aber schön hier. Muss man wirklich sagen. Sehr modern. Und hier sind Waschmaschinen und Trockner und richtig groß diesmal. Also. Die kann man ja doch einiges reinschmeißen. Mal gucken, ob wir hier waschen. So, und da drunter sind die ganzen möglichen. Also rechts ist es. Da kann man seine Fahrräder abstellen. Auch schön. Und dann in der Mitte ist Müll. Und hier ist der Royal belgische Yachtclub. Aber da Jörg ja nicht so auf Könighäuser steht, dachte ich vergessen. Nehmen wir den nicht schnell. Wir haben aber jetzt auch eine tolle Anlage. Und wie man sieht. Ja, wir haben Anfang Juni. Ist echt alles frei. Unglaublich. Schwesterschiff. Und man sieht, wenn es nicht so stark beladen ist. Kein Heckträger und nichts hat. Dann liegt der Wasserpass. Also hier beziehungsweise das liegt das Heck nicht so weit unten. Gut. Wir sind hier mit einer Langfahrtjacht. Wir liegen jetzt doch an Steg C. Nicht den Platz, den er uns erst gesagt hat. D12. Weil ich das falsch berichtet hab. Ich dachte, wäre an der Leiter. An der Leiter. Der wäre sogar vorne gewesen. Aber ich muss sagen, es ist gut, dass wir hier reingefahren sind. Weil vorne ist es auch ganz schön unruhig. Man sieht ja da hinten, wie das Wasser rein strömt. Also da liegen wir hier glaube ich ganz gut da. So ein bisschen eingepackt. Was an dieser Steganlage auch irre ist, also richtig toll, ist hier zum Beispiel jeder Platz hat seinen eigenen Wasseranschluss und seinen eigenen Stromanschluss. Und dann hat man dann QR-Code und dann kann man über eine App bezahlen. Das habe ich diesmal auch gemacht, weil der Hafenmeister eben nicht da war. Wie man sieht, haben wir gerade Hochwasser, weil die Leiter ist ganz gerade. Heute Morgen war so ganz steil nach oben. So und das ist nun der dritte Hafenmeister. Auch tolle Stege. Wie es uns weiter in Seebrücke ergeht, könnt ihr nachfolgend in ein paar Szenen aus unserem nächsten Video sehen. Wenn euch unser Video gefallen hat, freuen wir uns als Lohn für unsere Arbeit über einen Kommentar, ein Abo oder einen Daumen nach oben. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei unserem nächsten Video wieder mit an Bord seid. Verwins von der Bruti-Crew, Jörg und Gitti. Wir fahren heute nach Brügge. Und ich habe mich jetzt für die Bahn entschieden, wenn man da nicht umsteigen muss. Wir halten dieses Set der Fahrweig. Danke für die gute Arbeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017